Das haben sie noch nie. Was? Spike? Ich fühl mich echt mies. Der Mutagen-Detektor hat eben einen neuen Behälter erfasst. Hier ganz in der Nähe. Dann nichts wie los. Ich hole Raph. Besser du als ich. Sag ihnen, du spielst in einem neuen Team. Mit jemandem, der weiß, was es heißt, ein wahrer Krieger zu sein. Was denn für ein neues Team? Nur wir beide. Das hört sich für mich echt super an. Wir zerquetschen unsere Feinde. Wir bekämpfen gemeinsam alles Böse. Bleib da und sei leise. Ja? Wir müssen auf eine Mutagen-Mission, bei der wir dich brauchen. Alles klar. Ich komme sofort nach. Fang schon mal ohne mich. Doch um das hinzubekommen, rüsten wir dich erst mal auf. Such dir was aus. Der Name Spike hat mir nie gefallen. Nenn mich... Slash Slash Educator ... Sucranly listy ragion. Müssen wir wohl etwas Ballast über Bord werden? Wir kämpfen gegen das Unrecht dieser Welt Und vernichten jeden, der sich uns in den Weg stellt Warte mal Bleib dicht hinter mir Das Mutagen ist ganz in der Nähe Und zwar irgendwo unter uns Cool, sieht aus wie ein Energy Drink In der originalen Verpackung Okay, ich mach das, Slash Warte hier Hey, was machst du hier? Ich hatte alles im Griff Du hast uns im Stich gelassen Oh, von wegen Ohne euch bin ich bloß vieler Wollen die ewig so weiter streiten? Kümmer Ich hab die falsche Einstellung Ich bin der Bösewicht Die kapieren es einfach nicht Sie haben dich nie verstanden Nicht so wie ich Hey, was? Das darf doch nicht wahr sein Es ist meine Schuld, dass Rev wütend ist Es liegt nicht an dir, Donnie Und wenn doch, dann bloß ein bisschen Aber Rev muss seinen krankhaften Jähzorn in den Griff bekommen Vielleicht sollte er auf koffeinfreie Pizza umsteigen Ich kann kaum glauben, dass das wirklich passiert Das ist echt abgefahren Warte, wie verkaufe ich das denn Ohne die Witzbreude, die angeblich sowas wie Brüder von dir sind Wir beide sind das ultimative Ninja-Team Zwar rund um die Uhr Genau so hab ich mir das vorgestellt Du kapierst, wie ich ticke Das hast du schon immer getan Hey, Rev Verdammt Machen wir Wir werden nicht auf dich warten Du brauchst sie nicht, Raphael Wir finden das Muttergen ganz bestimmt auch ohne sie Du hast recht Wow, du siehst echt super aus, Spike Damit Rev glücklich wär Das ist so cool Nur wir beide Rev und Slash im Kampf Wie sollen wir das Muttergen ohne einen Detektor finden? Ich hab ein Näschen für das Zeug Ich kann es über Meilen hinweg riechen Komm mit Muttergenbehälter auf 5 Uhr Sehr schön, dann bringen wir das Teil mal nach Hause Ganz offenbar sind wir auch ohne Rev erfolgreich Hey, warte Da kommt jemand Gehenbehälter Alter, die Adern auf Revs Stirn kann nicht selbst von hier oben aussehen Die schwellen immer mehr an Die werden gleich Platz Educator Chakranlilishtirag Untertitelung des ZDF, 2020 ist eine� ein Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.